So, jetzt ruft Claudia Roth hier den nächsten Tagesordnungspunkt auf. Da geht es um die Betriebsrentner. Und Betriebsrentner, die können sich ab kommendem Jahr freuen, denn sie werden bei den Beiträgen für die Krankenkassen entlastet. Also von Januar an soll es einen Freibetrag geben von 159 Euro. Erst ab dieser Höhe werden Kassenbeiträge fällig. Also diese Entlastung der Betriebsrentner, das Ganze will der Bundestag heute in zweiter und dritter Lesung beschließen. Und wir hören den ersten Redner, Rudolf Henke, für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Leistungen der betrieblichen Altersversorgung sind in der gesetzlichen Krankenkasse als sogenannte Versorgungsbezüge beitragspflichtig. Auf Versorgungsbezüge werden Krankenversicherungsbeiträge nach dem allgemeinen Beitragssatz und im Fall der Fälle auch der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz erhoben. Die Betriebsrentnerinnen und Rentner haben diese Beiträge in der Regel allein zu tragen. Das ist eine Belastung für die Attraktivität von Betriebsrenten und führt heute vielfach dazu, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber entsprechenden Angeboten zurückhaltend sind. Die Erhebung von Krankenkassenbeiträgen auf Versorgungsbezüge stellt also ein gewisses Hindernis für den weiteren Auf- und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung dar. Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Freibetrages in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge entlasten wir einen großen Teil der Beitragszahler, weil wir ab dem 1. Januar 2020 durch die Einführung eines monatlichen Freibetrages in Höhe von 159,25 Euro für diese Entlastung sorgen. Von diesem Freibetrag werden ab 2020 Rentnerinnen und Rentner profitieren, deren Rentenbezug vor 2020 begonnen hat oder deren Kapitalauszahlung 2020 weniger als zehn Jahre zurückliegt. Der Freibetrag ist dann in Zukunft an die Entwicklung der sozialversicherungsrechtlichen Bezugsgröße gekoppelt und steigt damit jährlich in etwa mit der durchschnittlichen Lohnentwicklung an. Das ist der wesentliche Charakter der Neuregelung. Diese Neuregelung führt dazu, dass auch Betriebsrenten oberhalb der bisherigen Freigrenze finanziell entlastet werden. Denn bisher musste auch bei dem geringsten Überschreiten der Freigrenze dann der volle Beitrag auf die gesamte Betriebsrente gezahlt werden. Bezieherinnen und Bezieher von Betriebsrenten ab einer Höhe von 159,25 Euro erhalten jetzt mit der Neuregelung eine Entlastung von rund 300 Euro im Jahr. Das bedeutet, 60 Prozent der betroffenen Personen zahlen künftig maximal die Hälfte des bisherigen Beitrags. Insgesamt werden die Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner so jedes Jahr um mindestens 1,2 Milliarden Euro entlastet. Von dem Wechsel von der Freigrenze zum neuen Freibetrag profitieren auch die rund 4 Millionen pflichtversicherten Betriebsrentner oberhalb der bisherigen Freigrenze. Auch sie haben in Zukunft rund 300 Euro mehr pro Jahr. Für 2020 werden die Mittel vollständig aus dem Gesundheitsfonds, genauer gesagt dessen Liquiditätsreserve, übernommen, dann schrittweise durch abnehmende Beiträge aus demselben Fonds von 2021 900 Millionen, 2022 600 Millionen und 2023 300 Millionen Euro finanziert. Ab 2024 wären die Beitragsausfälle in voller Höhe durch die Kassen zu tragen. Mit dem Gesetz wird die bisherige Mindestreserve des Gesundheitsfonds von 25 Prozent einer Monatsausgabe auf 20 Prozent einer Monatsausgabe gesenkt. Die Krankenkassen haben in der Anhörung erklärt, dass das eine für sie tragbare und gangbare Lösung ist. Und dann haben wir noch in den Beratungen des Ausschusses einen Änderungsantrag eingebracht, der dazu dienen soll, das Verfahren so schleunig zu machen, dass wir keine umständlichen Anträge stellen müssen, dass wir keine umständlichen Zinsberechnungen haben, sondern dass wir tatsächlich bei den Zahlstellen die ganz große Anzahl der entsprechenden Zahlungen auch zügig abrechnen können. Und insofern glaube ich, dass das jetzt nach vielen Jahren der Debatte über das, was wir 2003 mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz erlebt haben, nach vielen Jahren der Suche nach einer gangbaren Lösung jetzt einen pragmatischen Weg darstellt. Herr Henke, zügig war ein Stichwort. Er wird nicht jeden vollständig glücklich machen, aber es ist eine pragmatische Lösung, die vielen hilft und die die Attraktivität des Betriebsrentensystems steigert. Ich empfehle Ihnen deswegen die Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Ja, und es wird nicht jeden glücklich machen, hat Rudolf Henke aber auch gesagt, denn die sogenannte Doppelverbeitragung wird damit nicht wieder vollständig zurückgenommen. Aber es gibt Erleichterungen. Er hat sie beschrieben. Hören wir mal, was die anderen Fraktionen dazu sagen. Detlef Spangenberg jetzt für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Systemfehler beseitigen, betriebliche Altersversorgung attraktiver gestalten, so unser Antrag im Rahmen des GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetzes. So ist der Titel. Der Ansatz ist erst mal grundsätzlich richtig. Wir haben das im Ausschuss ja auch besprochen. Das ist eine tolle Sache. Das ist der richtige Weg. Meine Damen und Herren, aber Sie müssen natürlich gleich einen Schritt wieder zurückgehen. Die Pflegeversicherung haben Sie draußen gelassen. Die Gründe, warum das überhaupt notwendig ist, dass wir jetzt wieder zurückfahren, im Sinne der Beitragszahler, sind ja eigentlich SPD und Grüne 2003, meine Damen und Herren. Dort hatte die SPD mal ihr sogenanntes Klientel, die Arbeitnehmer, total verlassen. Sie sind gar keine Arbeitnehmerpartei. Sie haben sie richtig abgezockt, kann man sagen. Und bei den Grünen, die haben sich sowieso nicht für diese Menschen interessiert. Denn diese Zielgruppe, die Anspar, die klettert ja nicht auf Bäumen rum oder kettet sich an Eisenbahnschienen an. Also war das für Sie auch uninteressant, meine Damen und Herren. Es ging also durch diese sogenannte Gesetzesänderung, wurden sehr viele mit einer sogenannten Doppelverbeitragung belastet. Die ist jetzt durch das neue Gesetz zurückgefahren worden, aber sie bleibt bestehen. Sie entfaltet nur nicht mehr eine so große nachteilige Wirkung. Die Kritikpunkte an dem Gesetzentwurf sind, dass Sie erstens mal keine eindeutige Abkehr von einer möglichen Doppelverbeitragung erklären. Dann haben Sie die Einmalauszahlung auch nicht angegriffen. Die gehen also weiterhin mit 120 Monaten. Auch wenn einer die Summe in einmal erhält, wird das also verbeitragt über 120 Monate. Das kritisieren ja die, die die Versicherung abgeschlossen haben, nach wie vor. Und Sie erwähnen auch gar nicht die Betroffenen, die auf die Verträge von bis 2002 gebaut haben. Sie hatten eine Lebensplanung. Das, wie gesagt, war das Modernisierungsgesetz, was sie da in dieser Form so hart getroffen hat. Damals war die Begründung, die Leistungsfähigkeit würde das hergeben, diese Leute, meine Damen und Herren. Wer will denn das beurteilen? Die Menschen haben meistens das deswegen gemacht, damit sie im Alter über die Annuitätenzahlung ihre Häuschen abzahlen konnten. Und jeder, der immer ein bisschen weiterdenkt, weiß, dass er als Rentner kaum die Möglichkeit hat, wenn er in Probleme kommt, finanzieller Art, dass er seine Arbeit aufnehmen kann. Und wenn Sie diesen Leuten dann mit höheren Beiträgen die Annuitäten erschweren, dann ist das einfach unfair. Es ist nicht sauber, meine Damen und Herren. Eine nicht nachvollziehbare Begründung war ja auch für nachträgliche Vorbeitragung dieses sogenannte umstrittene Rückführungsverbot. Ich sagte schon, da haben Sie die Justiz auch noch mit ins Boot geholt, um das irgendwie zu begründen. Ein weiterer Trick ist, niedrige Rentenbeiträge entstehen bei der Entgeltumwandlung. Auch das sollte nicht sein. Das wird ebenfalls von den über 6 Millionen Betroffenen kritisiert bisher. Einige werden jetzt rausfallen, aufgrund ihrer Änderung, die ja positiv ist. Aber ich sage Ihnen auch, Sie machen das ja wirklich nicht, um den Leuten zu helfen, sondern Angst zu haben, dass diese 6 Millionen plus Familien als Wähler eben verloren gehen. Das ist ja der einzige Grund, den ich hier sehe. Und nicht, weil Sie den Menschen helfen wollen. Das hoffe ich. Auch die Einkommensersatzleistung, wie gesagt, ist nicht nachvollziehbar, wenn der Arbeitnehmer die Beiträge gezahlt hat, der Arbeitgeber aber Versicherungsnehmer war. Und dass er dann zum Schluss, wenn es bei der Pech hat, auch noch den Arbeitgeberbeitrag weiterzahlen muss, wenn es zur Auszahlung kommt, meine Damen und Herren. Wir fordern als AfD, dass wir den Freibetrag, der ja wirklich gut ist und so weiter, auf 200 Euro erhöhen, um möglichst mehr Beitragszahler damit zu beglücken oder zu erreichen. Das würde die Attraktivität dadurch noch mehr begründen. Neuverträge erst zu vorbeitragen, wenn die Rendite des eingesetzten Kapitals erwirtschaftet wurde. Die Entgeltumwandlung darf nicht zu einer Verringerung der Rentenbeiträge führen, sagte ich schon. Und eine eindeutige, vollständige Abkehr von einer sogenannten Doppelverbeitragung, das erwarten wir einfach. Eine Entschädigung für Doppelverbeitragte wird für ihn auch nicht angesprochen. Und hier erwarten wir, dass Sie in der Richtung doch noch mal drüber nachdenken. Das Problem ist, Sie haben Vertrauen verspielt, damals 2004. Die Menschen hatten keine Planungssicherheit. Viele beziehen sich sogar auf den Artikel 20 Grundgesetz bei dieser Angelegenheit. Die Betroffenen sehen sich getäuscht, hätten in vielen Fällen die Verträge gar nicht abgeschlossen, wenn sie gewusst hätten, wie sie angeblich mit den Beitragszahlen, mit diesen Sparren umgehen. Herr Sparrenberg, kommen Sie bitte zum Ende. Jawohl, ein letzter Satz. Und jetzt frage ich Sie konkret, wer garantiert denn, die heute Verträge abschließen, dass sie nicht wieder Recht brechen, dass sie ihnen vielleicht die Freibeträge und die Freigrenze wieder wegnehmen, wenn es gerade mal passt. Das können Sie nicht garantieren, weil Sie schon mal sehr, sehr unseriös gehandelt haben. In diesem Fall, meine Damen und Herren, können wir uns diesem Antrag nur enthalten, weil einige gute Ansätze dabei sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Sparrenberg war das, der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Die nächste hier am Rednerpult, Sabine Dittmar für die Sozialdemokraten, ebenfalls gesundheitspolitische Sprecherin. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, für die betriebliche Altersvorsorge ist heute ein guter Tag. Mit dem Betriebsrentenfreibetragsgesetz, das wir heute verabschieden, stärken wir zum einen die betriebliche Altersvorsorge, wir heilen zum anderen aber auch endlich eine alte Wunde des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes. 2004 gab es viele nachvollziehbare Gründe für das GMG. Fünf Millionen Arbeitslose, Sozialkassen waren leer, Sozialversicherungsbeiträge galoppierten davon. Und deshalb hat auch eine breite parlamentarische Mehrheit Verantwortung übernommen, SPD, Grüne, CDU, CSU. Und auch wenn das GMG höchstrichterlich abgeklärt wurde und die Verbeitragung der Betriebsrenten seinerzeit ein notwendiger Schritt war, um die gesetzliche Krankenversicherung zu stabilisieren, zu schauen, auch wir Sozialdemokraten kritisch auf das Gesetz zurück. Ich bin froh, dass wir die Union davon überzeugen konnten, gesetzgeberisch tätig zu werden. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, wir können auch Dinge behandeln und lösen, die im Koalitionsvertrag noch nicht vereinbart wurden. Und es ist gut, dass wir heute nach langen und intensiven Verhandlungen eine wirklich gute Lösung für die Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner verabschieden. Mit der Umwandlung von der Freigrenze in einem echten Freibetrag sorgen wir dafür, dass alle Empfänger von Betriebsrenten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, ab dem 01.01.2020 finanziell entlastet werden. Das gilt im Übrigen auch für die Empfänger von Renten und Landabgaberenten nach dem Gesetz für die Alterssicherung der Landwirke. Die Entlastung wird automatisch erfolgen, ohne dass extra ein Antrag gestellt werden muss. Der Freibetrag ab dem 01.01.2020, ganz egal, ob man die monatliche oder die einmalige Auszahlung wählt. Aufgrund der Umstellungsphase kann es allerdings zu einer Verzögerung der Umsetzung in den ersten Monaten kommen. Zu viel gezahlte Beiträge werden aber auf jeden Fall zurückerstattet, ohne dass die Betroffenen selbst aktiv werden müssen. Konkret bedeutet das, dass Betriebsrentner künftig monatlich ca. 20 Euro entlastet werden oder bei Einmalzahlung um gut 3.000 Euro für die Laufzeit. Wenn Sie also beispielsweise 300 Euro Betriebsrente beziehen, sind derzeit 46,50 Euro Krankenversicherungsbeiträge fällig, ab 01.01.2020 nur noch 21,82 Euro. Oder noch sehr viel krasser, das Beispiel aus dem gestrigen Morgenmagazin. Bei einer Betriebsrente von 160 Euro zahlen Sie aktuell 24,80 Euro Beitrag. Ab 01.01.2020 sind es nur noch 11 Cent. Sie sehen, wir entlasten alle pflichtversicherten Betriebsrentner, aber ganz besonders die Rentner mit kleinen und mittleren Betriebsrenten. Und das sind über 60 Prozent der Bezieher. Auch für Betriebsrentner, die ihre Einmalauszahlung bereits erhalten haben, gilt der Freibetrag für die Restlaufzeit. Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Betriebsrentenfreibetragsgesetz wird die betriebliche Altersvorsorge heute wieder attraktiver und ein Stück weit gestärkt. Damit setzen wir ein Signal, dass sich Vorsorge lohnt und sinnvoll ist. Klar ist aber auch, wenn wir auf der einen Seite die Betriebsrentner entlasten, diese Entlastungen auf der anderen Seite gegenfinanziert werden müssen. Die Entlastung der Betriebsrenten schlägt ab 01.01.2020 mit rund 1,2 Milliarden Euro zu Buche. Die Mittel werden in der Umstellungsphase bis 2023 mit Zuschüssen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds kofinanziert und sind deshalb für den Zusatzbeitrag nicht relevant. Heute, Kolleginnen und Kollegen, haben wir eine Gerechtigkeitslüge im Beitragsrecht geschlossen. Aber die wiederholten Reparaturbemühungen zeigen auch, dass wir eine grundlegende Reform im Beitragsrecht benötigen. Uns geht die Arbeit also nicht aus. Aber heute entlasten wir erst einmal die Betriebsrentner. Und ich bitte daher um Zustimmung für das gelungene Gesetz. Danke für die Aufmerksamkeit. Das sagt Fabine Dittmar für die Sozialdemokraten. Also Freibetrag ersetzt die bisherige Freigrenze. Und dadurch kommt es unter anderem zur Entlastung für ungefähr 60 Prozent mehr. Aber auch die anderen 40 Prozent werden entlastet. Christina Aschenberg, Dugnus für die FDP. Direktversicherungsgeschädigten auf der Besuchertribüne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ziel Ihres vorliegenden Gesetzes ist, die betriebliche Altersvorsorge attraktiver zu gestalten. Leider bleiben Sie hinter diesen hohen Erwartungen weit zurück. Da hilft auch Ihre Schönrederei hier nichts. Denn Ihre Entlastung findet ja nur bis zu einem Beitrag von 159 Euro statt. Alles, was darüber hinausgeht, muss ja weiter doppelt verbeitragt werden. Im Ergebnis wird Ihr Vorschlag dazu führen, dass eine betriebliche Altersvorsorge über den Freibetrag hinaus gar nicht mehr attraktiv ist. Und diejenigen, die in der Vergangenheit bewusst mehr eingezahlt haben, um hinterher auch mehr Betriebsrente zu erhalten, die sind natürlich weiter die Gekniffenen. Ihr Vorschlag schafft den fatalen Fehlanreiz, nur bis zur Höhe des Freibetrages vorzusorgen. Meine Damen und Herren, wir finden, das ist ein falsches Zeichen. Was wir dringend benötigen, ist eine einfache, nachvollziehbare, transparente, private Altersvorsorge. Unser eingebrachter Entschließungsantrag hat so eine einfache Regelung zum Inhalt. Keine Krankenkassenbeiträge bei der Auszahlung, wenn bereits in der Ansparphase Krankenversicherungsbeiträge abgeführt worden sind. Das bedeutet konkret, diejenigen, die etwas verbeitragt eingezahlt haben, können sich darauf verlassen, dass sie am Ende nicht noch ein Fünftel ihrer Erträge abgezogen bekommen. Und finanziert werden muss das selbstverständlich aus Steuermitteln und nicht auf dem Rücken der GKV-Beitragszahler. Uns ist auch ganz wichtig, dass unser Vorschlag im Gegensatz zur Regierung eben nicht diejenigen benachteiligt, die mehr Vorsorge betreiben wollen. Für Sie, für die Regierung, ist die Doppelbeitragung bis zu 159 Euro der falsche Weg. Und komischerweise ab alles, was darüber hinausgeht, der richtige Weg. Das erklären Sie mal den Menschen. Wir können es nicht. Übrigens, da muss ich auch noch mal sagen, der Grund für die heute anhaltende, ungerechtfertige Mehrverbeitragung ist ja das im Jahr 2003 eingeführte GKV-Modernisierungsgesetz. Ich kann es immer nur wiederholen, von Rot-Grün eingeführt mit der CDU wurde. Die CDU hat da zugestimmt und die FDP-Fraktion hat als einzige damals nicht zugestimmt. Und das aus gutem Grund, denn wir wussten, dass die Ungerechtigkeit vorprogrammiert ist, meine Damen und Herren. So, was wir außerdem am Gesetzentwurf noch kritisieren ist, warum setzen Sie bei der Aufteilung der Kapitalauszahlung 10 Jahre als Berechnungsfrist an und nicht 20 Jahre? Auch das erklärt sich uns nicht. Unser Vorschlag ist der richtige Schritt, die betriebliche Altersvorsorge tatsächlich einfach und verständlich zu stärken. Wir werden uns bei diesem Gesetz enthalten, weil wir anerkennen, dass wenigstens eine kleine Entlastung darin enthalten ist. Ich danke Ihnen. Die anderen Anträge werden wir ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christine Aschenberg-Bugnus. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Matthias W. Birkwald. Und die anderen Anträge sind angesprochen worden, unter anderem zwei der Fraktionen Die Linke. Matthias Birkwald wird wohl auch dazu etwas sagen. Die Misere begannen im Jahr 2001, als SPD und Grüne das Niveau der gesetzlichen Rente in den Sinkflug schickten. Anschließend wurden die Menschen mit Steuervorteilen massiv in überwiegend selbstfinanzierte Betriebsrenten, Direktversicherungen und vor allem in schlechte Riester-Verträge gedrängt, um die Rentenlücke zu schließen. Und ohne jeden Vertrauensschutz haben dann Ulla Schmidt, SPD, und Horst Seehofer, CSU, ab 2004 Millionen von Versicherten fast 20 Prozent ihrer Direktversicherungen und Betriebsrenten wieder weggenommen. Völlig willkürlich wurde auf einmal der Krankenversicherungsbeitrag verdoppelt. Zwei Parteien stimmten damals gegen diesen Unsinn. Die FDP und die PDS, danke dafür. Von der Doppelverbeitragung sind sehr viele Menschen betroffen, die schon auf ihre Einzahlungen Krankenkassenbeiträge gezahlt hatten und bei denen der Arbeitgeber keinen Cent dazu bezahlt hat, von wegen Betriebsrente. Die Betroffenen, fünf sind heute hier, sagen, erst wurden wir mit den Steuervorteilen angelockt und dann mit den vollen Krankenkassenbeiträgen abgezockt. Und ich kann gut verstehen, dass die sauer sind, denn ihr Geld wäre in vielen Fällen auf dem Sparbuch besser aufgehoben gewesen. Eine 21-jährige Frau nannte die Doppelverbeitragung in einer Mail mit Blick auf die Betriebsrente ihres Großvaters Unsinn. Recht hat sie. Viele Direktversicherungsgeschädigte wollen nicht länger zwei- oder dreimal Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Und darum hat die Linke 2015, 2017 und 2018 drei Anträge in den Bundestag eingebracht, um diesen Unsinn zu beenden. Nun ist die Koalition endlich aufgewacht. Ab kommendem Jahr werden viele Direktversicherte und Betriebsrentner um rund 25 Euro im Monat entlastet, weil es zusätzlich zur Freigrenze einen Freibetrag von 159,25 Euro geben wird. Und damit werden die Krankenkassenbeiträge bei Betriebsrenten zwischen knapp 160 Euro und rund 318 Euro de facto halbiert. Ja, rund 25 Euro mehr im Monat sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Vor allem für Menschen mit kleinen Betriebsrenten und Direktversicherungen. Das ist ein Erfolg der Betroffenen, der Linken, der Gewerkschaften, der Sozialverbände und der Vernünftigen in ihren Parteien. Aber das Problem ist höchstens zu 20 Prozent gelöst. Wir Linken fordern erstens die Entgeltumwandlung abschaffen, volle Beitragspflicht beim Ansparen und Beitragsfreiheit bei der Rentenauszahlung. Zweitens. Auf Direktversicherungen, die vor 2004 abgeschlossen wurden, wird gar kein Beitrag mehr erhoben. Auch keiner für die Pflegeversicherung. Drittens. Betriebsrentnerinnen und Rentner und Direktversicherte mit Renten oberhalb des Freibetrags sollten grundsätzlich nur den halben Beitragssatz zahlen müssen. Viertens. Der Freibetrag muss auch für die Pflegeversicherung gelten. Und fünftens. Krankenkassenbeiträge für Kapitalauszahlungen sollten auf 240 Monate gestreckt werden. Dieses Maßnahmenpaket kostet höchstens für den Durchschnittsverdiener 5 Euro im Monat. Und Herr Minister Spahn, Die Linke hat gute Vorschläge gemacht. Legen Sie nun bald den nächsten Gesetzentwurf vor. Ich weiß, Sie schaffen das. Dankeschön. Vielen Dank. Matthias Birkwald war das für Die Linke. Die Linke hat das hier in zwei Anträgen nochmal formuliert. Und Jens Spahn, der hier auf der Regierungsbank sitzt, der wird hier übrigens auch noch das Wort ergreifen. Aber jetzt hören wir erstmal Markus Kurth für die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in meiner ersten Wahlperiode im Jahr 2004 habe ich, ich glaube, es war auch Jens Spahns erste Wahlperiode, wir waren damals beide Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, habe ich dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz in der Tat zugestimmt, Sie ebenfalls. Und dabei ist uns etwas unterlaufen, was tatsächlich korrigiert gehört. Diejenigen, die vor 2004 aus eigenen Netto-Geldern, also bereits verbeitragten Geldern, ganz alleine eine Betriebsrente angespart haben, diejenigen sahen sich in der Auszahlungsphase jetzt mit den doppelten Beiträgen konfrontiert und mussten auf die Beiträge zahlen. Da in der Tat für diese klar umgerissene Gruppe hätte es oder müsste es eine Vertrauensschutzregelung geben. Ich habe auch kein Problem damit zuzugeben, dass wir da was anders machen müssen. Und das Sinnvolle und Zielgenaue wäre gewesen, eine Antragslösung einzuführen, dass diese, genau diese Gruppe auf Antrag hin keine Beiträge zahlen muss. Das wäre sauber gewesen. Und der allgemeine Freibetrag, der jetzt eingeführt wird, befriedet höchstens teilweise. Also Sie erreichen noch nicht mal, dass sozusagen der politische Protest weggeht. Und dieser Freibetrag belastet alle Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und genau auch diejenigen, die überhaupt gar keine Betriebsrente haben. Es zahlt also die Friseurin, die Kassiererin im Supermarkt, die Betriebsrenten mit sozusagen, oder die Beitragsermäßigung, den Freibetrag mit, den ein möglicherweise früherer leitender Angestellter hat, der weit entfernt ist von irgendwelchen Niedriglohn- oder Armutsproblemen. Das ist nicht gerecht. Sie schaffen einfach an der Stelle auch neue Ungerechtigkeiten. Und es wird in Zukunft sogar Gruppen geben, die überhaupt gar keine Beiträge mehr zahlen, weder während der Einzahlphase noch während der Auszahlungsphase. Nämlich diejenigen, das gilt ja jetzt für alle, nicht nur für diejenigen, die vor 2004 aus eigener Tasche gezahlt haben, diejenigen, die über die sogenannte beitragsfreie Entgeltumwandlung einzahlen in die Betriebsrente, also während der Einzahlungsphase, keine Sozialversicherungsbeiträge abführen, weder vom Arbeitgeber noch vom Arbeitnehmer. Die werden dann in Zukunft in der Auszahlungsphase ebenfalls von diesem Freibetrag profitieren. Wie geht das denn, dass man weder während der Einzahlung noch während der Auszahlung Beiträge zahlt? Das ist doch vollkommen widersinnig und systematischer Unsinn. Das hat im Übrigen auch nichts mit der Solidargemeinschaft zu tun, muss man an der Stelle sagen. Und dieser Griff in die Sozialkassen, das kennen wir von der Mütterrente, von der Arbeitslosenversicherung. Ich sage Ihnen eins, meine Damen und Herren von der Union, wenn es doch mal mit uns zu Gesprächen kommen sollte, könnte ja sein, über eine Regierungsbildung, tun Sie eins nicht, halten Sie den Mund, reden Sie nicht mehr von 40 Prozent höchstens im Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Das haben Sie selbst hier mit solchen Schritten ruiniert. Vielen Dank, Markus Kurth. Nächster Redner Jens Spahn für die Bundesregierung. Aus seinem Hause stammt dieser Gesetzentwurf, der heute verabschiedet werden soll. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, der politische Wettbewerb schadet nicht. Ich glaube, wenn Menschen zur Wahl gehen, wollen sie auch eine Auswahl haben. Und deswegen schadet es nicht, wenn man ab und zu auch mal einen Unterschied merkt. Und Frau Lemke, ich glaube, zwischen Ihnen und mir bei aller Wertschätzung im Persönlichen gibt es halt ein paar inhaltliche Unterschiede. Es muss doch gar nicht schlimm sein. Deswegen kann man eine gute Debatte miteinander führen und muss auch nicht gleich immer alles irgendwie dann gleich machen, sondern Unterschiede herausarbeiten. Ich glaube, das tut dem politischen Betrieb und übrigens auch der Akzeptanz von Politik insgesamt gut, wenn man Unterschiede merkt, auch in der Debatte. Jetzt aber zum eigentlichen Punkt, wo es eben ein Thema gibt, wo, glaube ich, den allermeisten Kolleginnen und Kollegen in ihren Wahlkreisen eben nicht Unterschiedliches widerfährt, sondern was sehr, sehr Ähnliches, dass wir nämlich alle in den letzten Jahren in vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern ja erlebt haben, dass dort viel Wut, viel Frust und viel Vertrauensverlust ist. Zum einen bei denjenigen, die heute und in den letzten und vergangenen Jahren als Betriebsrentner sich beschwert fühlen, ja vielfach betrogen fühlen. Das ist gerade schon dargestellt worden durch das, was geregelt worden ist, insbesondere auch mit mittleren Betriebsrenten auch entsprechend finanziell spürbar diesen Beitrag erleben mussten. Und zum Zweiten, und das ist für mich mindestens genauso wichtig, künftige, mögliche, potenzielle künftige Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner, junge Menschen, die vor der Frage stehen, lohnt es sich überhaupt, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen? Und das ist ein Thema, das jeder von uns als Abgeordneter in den letzten Jahren nicht nur in Debatten hier, sondern auch vor allem vor Ort erlebt hat. Und es geht im Kern um Vertrauen, um Vertrauen in den Staat, in Entscheidungen des Staates, um Vertrauen in die betriebliche Altersvorsorge. Aber es geht auch um Vertrauen in die Entscheidungskraft und den Entscheidungswillen für uns als Bundesregierung. Auch das ist mir sehr, sehr bewusst, weil CDU, CSU und SPD, als die dieser Koalition tragenden Parteien jeweils entschieden und beschlossen haben, dass sie an dem heutigen Zustand was verändern wollen. Und ich finde, es reicht nicht nur auf Parteitagen was zu beschließen, sondern dass wir es dann gemeinsam eben auch zügig umsetzen, ins Gesetzesblatt bringen. Und das tun wir mit diesem Gesetz. Und deswegen war es mir eben auch wichtig, es zügig zu machen, nachdem wir uns vor wenigen Wochen darauf geeinigt haben, dass wir das jetzt angehen in dieser Koalition, tatsächlich zum 01.01.2020 ist spürbar zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, im Sinne von geringeren Beiträgen für die Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner. Und ja, etwa ein Drittel der Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner zahlt weiterhin im Übrigen, das sind die, die heute schon unter der Freigrenze liegen, keinen Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung. Ein weiteres Drittel wird maximal den halben Beitragssatz zahlen, die allermeisten deutlich weniger als den halben Beitragssatz. Und wenn Herr Kurth gerade sagt, das ist doch nur ein bisschen was im Unterschied. Nein, damit sind über 60 Prozent im Kern, doch hat er wohl gesagt, im Kern, tatsächlich auch mit der Beschwernis, dass es dort eben den vollen Beitragssatz heute gibt, entsprechend dann eben auch denen ist geholfen. Und das zweite Thema ist, dass wir ein weiteres Drittel haben. Ja, für die ist es nicht dann der halbe Beitragssatz, sondern mehr, aber immerhin noch eine Entlastung um 300 Euro im Jahr. Und auch ich finde, auch mit Blick auf Maßnahmen, die wir hier sonst so miteinander vereinbaren, Entlastung oder Verbesserung ist 300 Euro im Jahr durchaus eine spürbare Summe. Und eins geht jedenfalls dann dabei nicht. Und ich kenne das ja, warum nicht mehr? Klar kann man die Frage stellen, warum nicht mehr an Entlastung als diese 1,2 Milliarden? Aber es ist doch bezeichnend genug, dass bei diesem Thema FDP und PDS, wie Sie so schön gesagt haben, Linkspartei, gemeinsam klatschen. Weil Sie hier einen Wettbewerb miteinander machen, wer verspricht allen mehr, ohne jemals zu sagen, wie es bezahlt werden muss. Sie machen typische Oppositionsarbeit, wir versprechen allen alles, aber wir erklären niemandem, wer es bezahlen muss. Den Teil vergessen Sie dann immer. Sie haben fünf schöne Punkte aufgezählt, Herr Birkwald, den sechsten Punkt haben Sie leider vergessen. Dass Sie das am Ende entweder Steuerzahler oder Beitragszahler finanzieren müssen. Und deswegen geht es um einen sauberen Ausgleich von Interessen. Und genau das machen wir mit diesem Gesetz. Denn es geht eben vor allem auch um Fairness. Fairness innerhalb der Beitragszahler heute. Und es ist ein Grundprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung, dass höhere Einkommen eben auch mehr beitragen zur gesetzlichen Krankenversicherung in Aufwendungen. Ich dachte immer, das wäre ein Grundprinzip, das Sie richtig finden. Also, dass höhere Betriebsrenten ein Stück mehr auch beitragen als kleinere oder mittlere Betriebsrenten. Und zum Zweiten geht es auch um Fairness zwischen den Generationen. Ich dachte immer, ein Prinzip, das Ihnen so wichtig war. Wo es auch um die Frage geht, wer trägt eigentlich welchen Beitrag zu den Aufwendungen der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt. Und deswegen ist das ein in sich ausgewogenes Paket. Es ist ein zügig umgesetztes Paket. Und damit aus meiner Sicht ein entscheidungs- und zustimmungsfähiges. Und darum bitte ich Sie heute hier für dieses Gesetz. Sagt der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und über das Gesetz wird in ungefähr guten, knapp zehn Minuten abgestimmt. Und Ralf Kapschack jetzt für die SPD-Fraktion. Er ist der rentenpolitische Sprecher. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor ein paar Monaten schien es noch ausgeschlossen, dass wir bei diesem Thema etwas hinbekommen. Denn es gibt dazu keine Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Und der ein oder andere erinnert sich auch an das kategorische Nein der Bundeskanzlerin. Jetzt haben wir einen großen Schritt vereinbart, der viele Betriebsrenten deutlich entlastet. Und das ist gut so. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten steht die gesetzliche Rente im Mittelpunkt der Altersversorgung. Die beste Ergänzung dazu ist die betriebliche Altersversorgung. Deshalb wollen wir die attraktiver machen. Das haben wir bereits in der vergangenen Wahlperiode mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz gemacht. Ich erinnere an den Freibetrag in der Grundsicherung und an den BAV-Förderbetrag. Aber es gibt nach wie vor einen großen Hemmschuh, der die Attraktivität von Betriebsrenten schmälert. Und das ist die volle Verbeitragung. Betriebsrenten, die derzeit über 155,75 Euro liegen, werden um knapp ein Fünftel gekürzt. Unser Ziel, ich will das nochmal sagen und auch deutlich sagen, war der halbe Beitrag, so wie wir ihn auch aus der gesetzlichen Rente kennen. Und als einen ersten Schritt haben wir zusätzlich gefordert, einen Freibetrag einzuführen. Denn davon profitieren vor allem kleine und mittlere Betriebsrenten. Diesen ersten Schritt gehen wir jetzt mit dem Gesetz, das wir heute beschließen. Mit dem Freibetrag, der jährlich angepasst wird, erreichen wir das Ziel des halben Beitrags für circa 60 Prozent der Betriebsrenten. Das ist schon mehrfach gesagt worden, aber ich glaube, man muss das nochmal unterstreichen. Aber auch die restlichen 40 Prozent profitieren. Denn der Freibetrag wird immer beitragsfrei bleiben. Und deshalb wirkt dieser Freibetrag auch bei Einmalzahlung. Das ist aus unserer Sicht ein großer Schritt. Und deshalb können wir diesen Kompromiss auch gut vertreten. Es gab lange in der Union das Argument, am besten machen wir gar nichts bei diesem Thema, denn wir können nicht alle zufriedenstellen. Wenn wir diese Argumentation zur Leitlinie unseres politischen Handelns machen, dann können wir eigentlich relativ wenig machen. Denn alle zufriedenstellen werden wir relativ selten. Es ist gut, dass die Union ihren Widerstand aufgegeben hat. Und das, was jetzt zur Verabschiedung ansteht, ist der Kompromiss. Das ist das, was jetzt möglich ist. Das heißt natürlich nicht, dass wir das Nachdenken einstellen. Die Direktversicherten sind mit dem Kompromiss nicht zufrieden. Das kannte ich nach der Vorgeschichte, die zur Doppelverbeitragung geführt hat, auch nachvollziehen. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann und auch nicht akzeptiere, das will ich an dieser Stelle auch sagen. Das ist der Ton, in dem viele der Direktversicherungsgeschädigten uns alle vermutlich täglich angehen. Das finde ich nicht akzeptabel. Wir haben jetzt etwas auf den Weg gebracht, das nicht alle zufriedenstellt. Okay. Das aber einen Großteil der Betriebsrentinnen und Betriebsrenten deutlich besser stellt. Und einer der Sachverständigen hat es bei der Anhörung am Montag auf den Punkt gebracht. Es ist keine perfekte Lösung. Es ist ein pragmatischer Kompromiss. Und ich hoffe, dass zumindest Teile der Opposition diesem guten Vorschlag auch zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Ralf Kapschack. Letzte Rednerin in dieser Debatte. Emi Zollner für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, Frau Präsidentin, Sie stellen mich mit zwei Minuten Redezeit vor große Herausforderungen, aber ich werde es versuchen zu meistern. Ja, da haben wir aber Ihre Kollegen schuld dran. 2017 war es, als mich in Königsfeld in meiner Heimat jemand angesprochen hat und gesagt hat, Emi, bei den Direktversicherungen, bei den Betriebsrenten, da liegt was im Argen. Hör dich mal um. Was ist denn da die Stimmung bei euch in der Fraktion? Und wie der Minister schon angesprochen hat, ging es ganz vielen Kollegen so, dass dieses Thema auf der Agenda stand, dieses Thema uns bewegt hat. Und deswegen bin ich froh, dass wir entsprechend jetzt heute einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, um diese klaffende Wunde, die bei den Betroffenen vorhanden ist, wirklich auch zu schließen und eben eine Antwort zu geben und zukünftig die Betriebsrentner auch signifikant zu entlasten. Zukünftig werden 60 Prozent, maximal nur noch die Hälfte vom Krankenversicherungsbeitrag zahlen und rund 40 Prozent haben künftig weniger Ausgaben für die Krankenversicherung bei der Auszahlung ihrer Betriebsrente. Und Betriebsrentner oberhalb des Freibetrags von 160 Euro ab 2020 werden mit rund 300 Euro im Jahr entlastet. Und im Vergleich zu anderen Maßnahmen ist es schon was. Es ist ein gutes Gesetz, was wir hier auf den Weg bringen. Und es spiegelt auch die Ungerechtigkeit wieder, die empfunden wird, gibt eine Antwort darauf, dass eben sozusagen rückwirkend die Spielregeln geändert wurden. Und es Menschen, die auf Konsum verzichtet haben während ihres Arbeits-, Erwerbslebens, dass die eben bei der Auszahlung dann nicht nochmal entsprechend doppelt gestraft sind. Es stärkt aber auch die betriebliche Altersversorgung für die Zukunft. Es ist also ein ganz klares Signal, dass wir als Politik Vertrauen zurückgewinnen wollen. Und deswegen gilt mein Dank unserem Gesundheitsminister Jens Spahn, der hier wirklich was Gutes auf den Weg gebracht hat, aber auch dem Kollegen Carsten Linnemann und dem Kollegen Kaptschak. Wir haben von Seiten der Mittelstandsunion der CSU in Bayern auch hier Anträge beim Parteitag eingebracht, weil eben auch ganz klar, dass es nicht nur ein Interesse der Arbeitnehmer ist, hier etwas zu verbessern, sondern auch der Arbeitgeber. Denn der Mittelstand bei uns daheim, der hat ein Interesse daran, dass die Leute, die für ihn gearbeitet haben, die Unternehmer, dass da im Alter einfach auch eine gute Versorgung für ihre Beschäftigten da ist. Und zum Schluss möchte ich sagen, die FDP hat getitelt mit mehr Mut im Wahlkampf. Und deswegen finde ich es hier erneut ganz, ganz schade, dass Sie diesen Mut bei den Koalitionsverhandlungen zu Beginn der Legislatur nicht bewiesen haben. Es gilt für den Soli, aber es gilt auch hier bei der Abschaffung der Doppelverbeitragung. Und dass die Grünen heute nicht zustimmen, obwohl sie damals maßgeblich Verantwortung mitgetragen haben, das finde ich einfach schlecht in Stil. Und deswegen bin ich froh, dass wir das hier für die Union und die SPD-Fraktion machen. Frau Kollegin, vielen Dank. Ja, Emmi Zeuner hier für die Unionsfraktion, die letzte Rednerin, hatte das Pech, dass vor ihr Fraktionskollegen aus der Unionsfraktion, und wenn wir richtig gezählt haben, auch Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, ihre Redezeiten überschritten haben. Das heißt, es geht auf das Kontingent der jeweiligen Fraktionen. Und damit hat der Emmi Zeuner tatsächlich nur noch zwei Minuten hier zum Ende. So, jetzt kommen wir zu den Abstimmungen. Anträge liegen vor, natürlich auch der Gesetzentwurf. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 15877 den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 15438 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, jetzt um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD, der CDU, CSU. Dagegen gestimmt hat niemand. Enthalten haben sich die Fraktionen der AfD, der FDP und Bündnis 90 die Grünen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Herr Pronold stimmt offensichtlich dagegen. Ja, dann setzen Sie sich ziemlich schnell wieder hin. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Dankeschön. Der Gesetzentwurf ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von CDU, CSU, SPD und Linker. Dagegen gestimmt hat keine Fraktion. Enthalten haben sich die Fraktionen von Bündnis 90, die Grünen, FDP und der AfD. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen der FDP. Ja, das hatte sich in der Debatte ja schon angedeutet, dass hier Die Linke mit den Koalitionsfraktionen stimmen wird. Also Verbesserung jetzt für Betriebsrentner. Und Jens Spahn, der hatte es in seiner Rede auch noch mal angesprochen, Abgeordnete hatten in den letzten Jahren tatsächlich nicht nur in den Wahlkreisen, sondern insgesamt mit einer Städtenflut an Beschwerdebriefen aufzukämpfen, auf ihren Schreibtischen seit 2004 diese Doppelverbeitragung eingeführt wurde. Jetzt gibt es wieder etwas Erleichterungen für einen ganz großen Teil der Betriebsrentner, weil es jetzt einen Freibetrag gibt, der die Freigrenze ersetzt. Es ist ja mehrfach in der Debatte auch vorgerechnet worden teilweise, was es dann entsprechend für Betriebsrentner an Auswirkungen gibt. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? So, jetzt gibt es gerade noch mal hier den Nachtrag. Jetzt wird über das Gesetz noch mal abgestimmt, quasi aber in der zweiten Version. Denn es gab hier, wie das ab und zu vorkommt, während eines Gesetzgebungsverfahrens, diese Ausfertigung dieses Gesetz sowohl in einer Fassung, das die Koalitionsfraktionen vorgelegt haben, aber auch noch mal einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Das hat den Hintergrund, dass Gesetzentwürfe aus den Reihen des Parlamentes nicht in den sogenannten ersten Durchgang im Bundesrat müssen. Das heißt ganz praktisch, es gibt eine Zeitersparung bei Beratung und Verabschiedung. Und das Ganze soll ja schon zum 01.01.2020 in Kraft treten, wenn also nächste Woche entsprechend der Bundesrat auch noch zustimmt. Dann kann das entsprechend auch so geschehen. Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, CSU und FDP. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der Linken und enthalten hat sich die AfD-Fraktion. Da ging es um die Anträge der Linken. Da hat der Ausschuss, der Zuständige der Gesundheitsausschuss, entsprechend die Ablehnung empfohlen. Deswegen gab es wiederum Zustimmung aus den Koalitionsfraktionen. Die Linken, die hatten ja zwar mit den Koalitionsfraktionen dem Gesetzentwurf zugestimmt, allerdings noch weitergehende Forderungen eigens in Anträgen formuliert. Die fanden hier keine Mehrheit. Das ist entsprechend noch der zweite Antrag der Linken. Da war ich etwas schneller als die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, die hier diese Abstimmung aufruft. Dann haben sich die Fraktionen von AfD und Bündnis 90, die Grünen. Tagesordnungspunkt 9c. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 157-88 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Denn das war noch der entsprechende Antrag der AfD-Fraktion. Das ist ja hier in der Aussprache auch angesprochen worden. Aber der geht erst mal noch in die weiteren Beratungen. Die AfD, die auch hier formuliert, die betriebliche Altersvorsorge doch noch attraktiver zu gestalten. Wie gesagt, da gibt es weitere Beratungen. Das ist ja hier in der Aussprache, die auch hier in der Aussprache sind.